Der Kreisverkehr herum. Zweite Ausfahrt. Fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Zweite Ausfahrt. Fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Das ist ein Kreisverkehr. 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 Vielen Dank. Nach 300 Metern biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab. Nach 80 Metern biegen Sie rechts ab. Dann biegen Sie links ab. Biegen Sie rechts ab. Dann biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab. Dann Ankunft. 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 and K Schumpel. Bis zum nächsten Mal.